Musik Herzlich willkommen, lieber Spender! Mein Name ist Teresa Schumacher und ich bin hier im Marienkindergarten in Anrechte als Heilpädagogin tätig. Ich möchte Sie gerne auf einen kleinen Rundgang bei uns auf dem Spielplatz einladen und Ihnen zeigen, wozu Ihre Spende benötigt wird. Hier in dem Eingangsbereich unseres Spielplatzes fahren die Kinder momentan mit ihren Fahrzeugen. Wie Sie sehen, ist dieser Platz nicht nur deutlich in die Jahre gekommen, er bietet auch nur wenig Platz zum ausgiebigen Fahren und so richtig einladend gestaltet ist er auch nicht. Darum möchte ich hier auf dem Spielplatz eine Fahrzeugstrecke errichten lassen. Wie Sie sehen, der Platz ist vorhanden. Eine ortsansässige Firma, die die Sicherheitsbestimmung beim Bauen berücksichtigt, ist gefunden. Jedoch können wir die 17.000 Euro alleine nicht aufbringen. Musik Und daher zeige ich Ihnen jetzt mal ein paar Wünsche und Träume der Kinder, wie sie sich die Fahrzeugstrecke vorstellen. Musik 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 Wie Sie sehen, haben wir uns etwas Großes vorgenommen und daher brauchen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende und machen Sie die Kinder glücklich. Musik 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 Musik